Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Puzzle. Heute mal kein Klicker, Klacker oder Swimatch. Nein, es handelt sich hierbei um einen Puzzle-Plattformer mit dem schönen Titel About Love, Hate and Other Ones. Ja, und wir werden uns das Ganze dann gleich auch anschauen. Wie gewohnt starten wir natürlich mit dem ersten Level. Ja, soviel zum Intro des Ganzen und wir starten mit Level 1. Gott, oh Gott, wie ging das denn nochmal? Ja, Hate is Drawer, Tap to Click, einfach was, Wechseltab aus, klicke einfach an, ok. Hier geht es erstmal um die Grundsteuerung und das ist das Ziel des Spiels, diesen Knopf zu drücken. Sehr, sehr knorke. So. Eine Räuberleiter. Machen wir ihn hier erstmal. Ah, die konnten doch auch sprechen. Ne, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Und schon können wir die mit der Räuberleiter da rankommen. So, Zusammenarbeit. Klick, um fortzufahren. So, ihr seht schon, wir haben zwei Figuren, die wir steuern können. Und diese müssen, siehst du die lange Ones. Lazy Ones. Klick sie an, um mit ihr zu sprechen. Ah ja, wir brauchen die anderen Figuren, um mit ihr zu sprechen. I love you. So, der eine sagt, I love you. Was sehr schön ist. Nein, du solltest. Dann eben nicht. Darf ich jetzt den anderen haben? Danke. So, da kommen wir locker rüber. Aber er muss, glaube ich, hier hin. I love you. I love you. So, dann lassen wir mal den anderen den Knopf drücken. Und schon haben wir auch dieses Level geschafft. Ich sag doch, die können doch reden. Es wird Zeit, dass Hate mitredet. Der eine heißt mich love und der andere heißt hate. So. Hate you. Ich finde das irgendwie schon geil. Äh, warte mal. Geh mal, du wieder zurück. Du wieder nach vorne. I love you. I love you. So, obwohl. Ist das jetzt richtig? Ich glaube, nein. Und da kommen wir nämlich die mal raus. Okay, dann restarten wir das Ganze mal. So. Nee, komm, bleib mal. Du da unten. Weil ihn hier müssen wir hassen. Damit wir hier rüber kommen. So, bei 1 können wir hochspringen. I love you. Und schon haben wir das Level auch wieder geschafft. Sehr knorkel. Arrangier dich. Okay. So. I love you. Achso, er kann jetzt gar nicht laufen. I love you. So, dann kommst du hinterher. Und drückst den Knopf. Sehr schön. Level 8. Wow. Wir kommen ja schnell voran. Vorsicht jetzt. Vergiss nicht, dass du ungewollt Bewegungen mit dem Undo-Knopf rückgängig machen kannst. Sehr schön. Und jetzt kommen wir langsam zu dem schwierigen Teil des Spiels. Das andere war ja alles nur erstmal Einführung. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ah, jetzt sollst du nicht einrennen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh oh, I love you, hmmm, jawohl, damit hätten wir das auch gelöst. Du kannst gut mit Love und Hate umgehen, naja, 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 das würde ich nicht unbedingt behaupten. So, jetzt muss man die hier, I love you, erstmal runterholen, I love you, so, weiß jetzt nicht, wir kommen hier lang. So, damit fällt er runter, komme ich von hier aus an den Randen. I love you, I love you, I love you. Oh, hmmm, I love you. Sieht gar nicht verkehrt aus. Aha, das war sogar richtig, würde ich sagen. Scheint, als ob Hate zuerst Love befreien müsste. Okay, oha. So, jetzt haben wir ihn befreit. Allerdings, das geht so nicht. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Versuchen, was. Ja, das sieht doch gut aus. Aha. Diesmal nicht zu schwer. Level 11. Level 11. Naja, wir sind ja mal gespannt. Äh, okay. Gehen wir mal hier runter. Allerdings. I love you. I love you. Wie zum Henker? Soll ich da oben hinkommen? I love you. Okay, so bewegen sie sich gar nicht mehr. Gehen wir mal hier runter. I love you. 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 Okay, das geht nicht. I love you. I love you. I love you. I love you. Irgendwie müssen wir, warte mal wenn wir einfach... Nein, na gut, es geht. Okay, wir haben es geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hey, wir haben es geschafft. Vorsicht, vor der Lücke. Oh oh. Hm. Ähm, ähm. I love you. I love you. Okay. Hm. I love you. I love you. I love you. Okay, guck mal hier hin. I love you. Hm, hm. I hate you. I hate you. Aber da kommen die nicht. I love you. 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 Schaut nicht gut aus. I love you. I love you. Na, die kommen auch nicht weiter. Wir kommen da irgendwie nicht, äh, weiter. Ne. Da fehlt einer. Das ist ja doof. Hm. Neustart. Ich hab Neustart gesagt. Toll. Ach, bitte jetzt. Okay. I love you. Das ist der Einzige, den wir hier runterholen können. Geht, du Satz da hoch. Warte mal. Ich hab ne Idee, aber. Oh, oh. Ne, das geht auch nicht. Außer der Hate bleibt da stehen. I love you. I love you. I love you. Dann fällt er ja schon wieder runter. Komm. Ich hab ne drying já hör' vedere ya。 bait da an. La Prompte ist normal spannend. Ich liebe dich nicht. Oh, oh. Wenn ich bereitibinden sein soll, Denn ich werde dir einen schяет. Nein, ich wollte einen anderen haben. So, komm mal her hier. So nah und doch so fern, okay. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, das sieht ja irgendwie, wo sieht es los? So und das war es schon oder was? Na warte mal, was ich den anderen noch hoch schicke. Ja ist ja gut, bleiben Sie geschmeidig, Junge. So den runter und den runter. Das ist die Frage, brauche ich Love oder Hate? Ich glaube, ich brauche den Love. Oh oh, I love you. Das hilft uns auch nicht. Jetzt komme ich da nicht rüber. Das ist, äh, Gott, aber nicht. Nein, das geht nicht. Das geht so nicht. Ja, äh, das sieht gar nicht gut aus. Ey, da habe ich wirklich keinen Plan jetzt. Vielleicht muss ich ihn haten, damit er da runter hüpft. Aber, da hüpft er da hin. Das nützt mir alles dezent, gar nichts. Hier brauchen wir unbedingt einen, damit wir hochkommen. Und da kommen wir gar nicht ran. Hallo Sunny. Ja, komm, latsch. Latsch doch gerne in mein Butterboot. Warum auch nicht? Ist doch lecker. Tja, äh, ich würde dann mal sagen, äh, Game Over. Kannst ja nochmal nochmal starten. Wo ist denn jetzt die Love hin? Hallo? Level? Der hat mir Love geklaut. Was? Ich habe nur noch den Hater. LOL! What a bug. Okay. I love you. Der ist eigentlich vollkommen Suppe. Ah, vielleicht auch nicht. Warte mal, warte mal. Machen wir einen Neustart. Der Hate? Nee, da hin. Dann kommt der Love. Ja, da hin. I love you. Und holt ihn runter. I love you. Jetzt kommt der Hate natürlich nicht da hin. Ich herren. Who, I love you? I love you. I like you. Ah, Server. Geht das so? haaaahhhh Kommt man da dann hoch? I love you! Gut, bis hierhin kommen wir schon mal. Wenn ich den jetzt hier runterhole, läuft das auch nix, oder? I love you! I love you! Ich bin ja doch ein bisschen gespannt, ob ich das doch nochmal löse. I love you! So, da geht der da hin. I love you! I love you! I love you! Yay! Wir haben es geschafft! Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Aber, wow! Level 14! Sehr gut! Schau dir diese... Blowing... Muanhan! Er könnte nützlich sein! Blowing Muan! Okay... Und? Unabhängig davon! Um... Es ist also разgeschrieben! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Hä ... Ich liebe dich! Die Liebe zu Engstammeln! Ihr macht lange! Ver грadin! Macht euch deshalb das nicht sehr Gerstelle! was zum gucken soll ich damit ich hätte gerade eine idee das bewegt auch nichts und da kriegen wir komische augen dann habe ich genau ja also ähm kommst du da oben drauf was soll ich mit dem ding anfangen kannst du mal hier runter schubsen ja sorry leute also damit kann ich jetzt echt nichts anfangen dann starten wir das ganze mal neu kann ja love mal drauf stellen und mit ihm haten das macht überhaupt keinen unterschied ob ich ihn liebe hasse oder keine ahnung was kann ich hier irgendwie mit dem warte mal okay man muss erst sagen wohin damit er anfängt zu fliegen man muss erst mal da drauf kommen dass ich erst dahin sage sprechen hilft okay okay ich liebe dich 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 Ich liebe dich. Nee, das wird so nix. Okay, starten wir es nochmal neu. Okay, starten wir es nochmal neu. Okay, starten wir es nochmal. Hoi, 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 nicht stecken bleiben, okay. Oh my goodness. I love you. 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 Nee, ich glaube, das wird nix mehr. Ja. Cool. Das finde ich lustig. Boom. Ja, das wird glaube ich alles nix mehr. Zurück auf Anfang. Man muss schon da hin, aber... Jetzt müsste das Teil auf die Seite. Und... Ja, ist ja gut. Ja, ist jetzt gut. Kannst du dich da hinstellen und wieder... Nein, gut. I love you. I love you. I love you. I love you. Aber das soll es auch gewesen sein von diesem schönen kleinen Let's Puzzle von About Love, Hate and Other Ones. Das Spielchen gibt es natürlich wieder bei Steam. Und... Ja, ich danke für das Interesse und freue mich aufs nächste Mal. See you, euer Snooby.